So, herzlich willkommen bei einer weiteren Multiplayer-Partie bei eurem Rikki, General Rikki, wenn ich bitten darf. Heute spielen wir zusammen mit der Installateur Schlag im Nacken gegen Mistress, Mammut und Bubli. Macht euch bereit auf einen epischen Fight. Insta, melde dich doch mal, Rikrut. Hallo, hallo, ich geb mein Bestes mal wieder versuchen. Schlag im Nacken, bist du auch da? Ja, ich versuche mich abzukacken, ich hab ein bisschen, leck das hier, das Spiel, aber... Insta hat in der letzten Runde episch gefällt, in der er seinen Ladenstecker mit rausgerissen hat, ist drüber gestolpert, beim Aufstehen vor Aufregung, zack, Ruter durch die Wohnung geflogen, kreuz und quer, in tausend Teile zerrissen das Ding. Das habe ich ihnen neuen zugeschickt, jetzt ist er wieder mit dabei. Hoffen wir, dass er heute nicht wieder den gleichen Schlamassel macht. So, ab geht's. Und wer ist live im Stream mit dabei und möchte in die Geschichte des Rikis eingehen? Eins in den Chat. Wir spielen hier die Map-Bad-Bunkers. 10.000 Startkapital, Spielgeschwindigkeit schnell. Und ansonsten ist auch alles an, außer Schatten wächst. Agro-Berliner, der Flo, Trudhilde. G, ne TG, herzlich willkommen TG. Den haben wir ja noch. The Flo, Exclusive, Hobbits. Sehr, sehr geil. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich freue mich. So. Mal schauen hier, was hier abgeht. Ich werde jetzt einen ganz, ganz schmutzigen Plan in die Tarte umsetzen. Geht gleich los. TG, wie hast du hergefunden? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Neue Gesichter, freue ich mich immer. Ich verstehe nicht die Worte. Oh, okay. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich sehen kann, TG. Willkommen in der Stream. So. Insta und Schlag im Nacken denken sich, was ist das für ein Freak? Was habe ich mich hier eingenommen? Alles gut. Mund sind hoch. So. Wenn ich das sehe, bekomme ich auch wieder Bock auf C&C. Back in Big Bad Wolf gibt es jetzt auch die Ultimate Collection auf Steam. Für nicht mal 10 Euro. Und ich glaube bis heute im Angebot auch die Mastered Collection für 6 Euro oder so. Von 20, 65 Prozent reduziert. Musst du mal kicken. Oder holst du über meinen Instant Gaming Link und unterstützt mich. Und tust was Gutes für deine Gesundheit dabei. Ausrufezeichen IG. Das geht natürlich auch gut. So, ich mache jetzt den ersten Rush. Der Grün muss da aufpassen, der hat sehr viele Einheiten da oben stehen. Mach ich. Ja, Sir. Wird gebaut. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. So, grünes Mammu, Wuppli und Mistress aka Chris. Let's go. Okay, fällt mir, fällt mir. Knopsen wir doch direkt mal zum Frühstück weg, würde ich sagen. Knipsel Knopse, so, fällt mir. War lecker. Bestätigt Ordnung. Bestätigt. Jetzt machen wir nämlich erst mal ein bisschen Musik. Wir snacken erst mal ein paar Sammler raus bei den Mistress. Zack, ein Sammler weniger. Zwei Sammler weniger. Zwei Sammler weniger. Rückzug. In Ordnung. Einheit bereit. So, da haben wir nämlich jetzt richtig schön die Ökonomie zerschossen. Der wird richtig gar keinen Bock mehr haben. So. Grün wird frech werden, alles klar. Jetzt machen wir den nächsten Rush bei Grün. Okay, wir machen erst mal ein bisschen Musik bei Bubli. Warte mal. Jetzt lernt Bubli mich erst mal ein bisschen näher kennen. Einheit bereit. Sammler, der riecht so verführerisch. Möchte ich mal drauf schiessen. Ein Sammler weniger. Sehr schön. Ja, der Support von Insta gefällt mir hervorragend. Bubli hat nämlich schon eine ganz schöne Armee gehabt. Einheit verhofft. Einheit verhofft. Einheit verhofft. Wir gehen mal hier oben zur Grün rein, zum Mammut. Schießen dem seinen Expansionsbauhof raus. Haben wir. So, und von Bubli snacken wir auch den Bauhof hier raus. Haben ihn. Jetzt die Kaserne. Äh, die Raff natürlich. Jetzt die Tesla. Die Sonne Raff. Sammler nehmen wir auch noch mit. So. Jetzt nehmen wir nämlich ordentlich Musik. So muss das aussehen. Nee, cool. Wir haben richtig schön Damage gemacht. Richtig schön Damage. Klasse. Jetzt hebe ich oben zu. Oh. Wir sammeln uns. Einer ist raus. Bubli hat keinen Bock mehr. Er ist rausgegangen. Ragequit. Sehr gut. Das war ein Random. Deswegen guckt es mich nicht die Bohne, ob der rausgeht. Ob das jemand von uns gewesen wäre. Wo ich dann nicht so arschlochmäßig wäre. So. Oh, wenn der nicht mal Hallo oder irgendwas schreiben kann. Sag ich auch nicht Hallo. So, rein da. Jetzt haben wir ein Handicap-Match. Mammut. Und Chris. Und Mammut geht auch raus. Hat keinen Bock mehr. Auch Mammut. Nö. Warum? Mammut. Aufgeben ist keine Option. Chris kommt da nicht raus oben, ne? Ich hab den hier eingebaut. Ja. Chris kommt da oben nicht mehr raus. Das ist jetzt natürlich, mhm. Einheit bereit. Oh, you are right. Norwegian. TG. Is this correct? Is this right? Very nice. So. Na, Chris wird sich jetzt sagen, oh meine Güte, ich gegen den Rest der Welt. Muss das sein? Ja, ich fahre jetzt mit V2s ganz langsam hoch. Wow, bist du fies. Der kommt aber jetzt runter, damit ich hier meine Tesla hinterher schicke. Bist du fies. Schaut euch mal diese Schlacht hier an. Zwischen Installateur und Mistress. Komm, g'ma. Boah. Hier wird gebrutzelt, was das Zeug hält. Schaut euch das an. Ausrufezeichen Electrify in den Chat. Niederlande. Cool. Sehr, sehr cool. Okay, also müssen auf jeden Fall noch... Jeder, der hier mitspielt, bitte bis zum Ende spielen. Nicht Rage quitten oder sowas. Das ist einfach ein Fun-Game. Und einfach Spaß haben. Bis zum Ende drin bleiben. Also sonst blöde, weil der Mammut hatte noch eigentlich alles. Ist total frühzeitig rausgegangen. War eigentlich unnötig. Ich finde, da muss man hier Platz machen. Geursacht Stauberfahrt. Ist gerade leider nicht, weil mir zu laut ist, dass Gebraller ist. Ja, nicht Stauber oder Eisbar. Nein. Oh, was habt ihr hier Schönes? Oh, sieht gut aus. Gelb, Rot, Blau. Oh. Fetzt. Schick. Okay. Aber Mammut, du hast nicht alleine gespielt. Du hast nur einen Team-Kameraden. Und du hättest ihm noch viel Zeit verschaffen können. Deswegen finde ich es nicht so gut, wenn du da so zeitig rausgehst. In einem Team-Match. Ich habe ja vor uns auch, wo ich ein Match verloren habe mit den Jungs. Fähig auch bis zum letzten Mann im Game. Ja. Ja, das war ein Random-Mammut. Ne? Deswegen. Wirklich drinnen bleiben. Das ist doch nur Just for Fun, das Match hier. Und. Chi-Chi. Wo versteckt er sich? Da oben in In-G. Chi-Chi. Ja. Chi-Chi. Chi-Chi. Ah. Chi-Chi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020